Liebe Bernerinnen und Berner, alles Gute zum 1. August. Dann findet der Kleiner eine spezielle Zeit statt. Es gibt kein grosses Fest auf dem Bundesplatz. Wir feiern zu Hause mit Freunden ein grosses Fest im kleinen Rahmen. Wir hier in Bern, hier in der Schweiz, haben die Corona-Zeit bis jetzt einen guten Bestand. Miteinander und füreinander. Solidarität kombiniert mit Selbstverantwortung. Das macht unser Land aus. Ganz besonders in diesem aussergewöhnlichen Jahr 2020 hat es sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt würde ich eigentlich gerne mit euch auf den 1. August anstossen. Das ist dieses Jahr aber leider nicht möglich. Darauf auf diesem Weg geniesset diesen Tag einen schönen 1. August. Gesundheit!